Okay, okay, okay. Oh, exit, 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 wir sind raus, wir haben es geschafft. Oh Gott, wie schön. Candys Speicher, bitte. Ja, 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 Candys Speicher. Hallihallo, Jungs, habt ihr... Jungs, ich bin alleine hier. 46 Prozent, wir haben knapp die Hälfte des Spiels geschafft, Leute. Knapp. Und mir fehlen noch ganz viele Ausrufezeichen. Funkys Flüge, naja, jetzt nicht. Selbstgestrickte Brücken. Ach du Scheiße. Oh nein, ich habe es geahnt. Genau sowas habe ich geahnt. Gut, tauscht euch bitte aus. Äh, gut. Ich muss auf meine Space-Taste jetzt mehr als einhemmen, damit sie überhaupt noch irgendwas annimmt. So. Ich glaube, was mich aber am meisten hier auch stört, ist diese Unbeständigkeit des Schwierigkeitsgrades. Weil mal ist ein Level sauschwer und mal ist es dann... Oh, okay. Mal ist es dann wiederum total einfach, dass man einfach durchrennen kann. Wie zum Beispiel diese Wasserlevel, die ich bisher so ungefähr überhaupt nicht schwierig fand. Also so, einfach mal null schwer. Scheiße. Das war mein Fehler. Das ist... Oh, mein Handy. So ein Scheiß. Wer ruft mich denn an? Moment. Neuer Anruf. Ah, Pause. Ja, ja. Total toll, wenn die Arbeitsstelle einen anruft. Entschuldigung für die Pause. Also, naja. Ihr habt sie nicht mal mitbekommen, weil ich das wieder mal zusammenschneiden werde. Aber ich entschuldige mich einfach so für irgendjemanden. Keine Ahnung. Oh, ein Armadillo. Oh, ein Gürteltier. Armadillo-Gürteltier. Armored Armadillo. Wer war nochmal Armored Armadillo? Ach ja, irgendein Megaman-Gegner, oder? Armored Armadillo. Moment, wie war... Wir haben wieder so schlau gemacht. Genau. Oh Gott, die Sonne. Jetzt nicht Sonne. Sonne, jetzt nicht... Alter, ich bin jetzt gerade so gut wie blind. Die Sonne scheint mir gerade mitten in die Fresse. Ich sehe meinen Bildschirm kaum noch. Ich... Was? Okay, Bananen. Hier. Oh Gott. Ich... Oh, nein. Ja, ja, die Sonne geht halt weg. Nein, jetzt kommt sie wieder. Geile K... Ja, ja, das ist... Cool. Okay, jetzt. Interessant, interessant. Das brauche ich noch nicht. Hol ich mir einfach noch nicht. Habe ich noch keinen Bock drauf. Yes, yes, ja. So, hier haben wir eben gerade versagt. Jetzt sind wir aber drüber hinweg. Gut. Und eins, zwei. Oh, das hätte ich auch besser machen können, aber egal. So, so. Also, ich glaube, wenn ich viel mehr Ruhe im Spiel hätte, könnte ich hier auch besser durchkommen. Aber dann hättet ihr auch weniger Spaß, nicht wahr? Oh, okay. Eieiei. Wie soll ich da unten rankommen? Ist mir egal. Oh. Bananen. Weg. Bada, 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 bada. Okay. Bada, 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 bada. Wupp. Irgendein Geheimnis? Nein, natürlich nicht. Wow. Okay. In Ordnung. Wupp. Oh, das N. Das brauche ich jetzt so dringend. N, N, N. Wie Natter. Wie Naginatter. Wie. Oh, oh. Oh, 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 oh. Wie Niemandsland. Oh, scheiße. Das ist eklig. Moment, Moment, Moment. Warten. Jetzt. Jetzt. Oh Gott. Und nochmal. Jetzt. Dankeschön. Hüpfen, hüpfen. Oh Gott, das Ende ist nicht mehr fern. Okay. Wow. Oh. Gut. Geheimnis nochmal entdeckt. Kurz vor Ende. Ah, was wollen wir denn überhaupt? Ich habe keine Übersicht, oder? Ne, ich habe keine Übersicht. War ja klar. Ähm. Äh. Mit dem Strauß. Ne. Womit kriege ich nochmal am meisten Leben? Mit dem Frosch. Gut. Ah, ne, mit dem Strauß habe ich am meisten Leben bekommen. Ach, egal. Ach, kacke. Ach, kacke. Es wird einfach nichts mehr. Es ist doch zum Heulen mit mir. Das ist doch einfach. Leute, tut mir leid. Einfach, was soll? Wer zum Geier? Ihr kranken Entwickler. Komm, wir teleportieren den Spieler dahin, wo er gleich stirbt. Yeah. Ja, freu dich, du auf. Oh Gott, der Endgegner schon. Oh, ich freue mich so. So. Und es ist Really Naughty's Raserei. Hehehe. Naughty. Hallo, Naughty. Ich liebe dich. Äh, hehehe. Wow. Was? Ach so. Okay, jetzt springst du also wieder hoch. 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 Okay, das war's. Okay, jetzt springst du dreimal hoch. Naja. Nicht so schwer. Das war's. Jetzt springst du viermal hoch. Naja. Kann man dich auch so erwischen? Ne. Aber jetzt. Ach, das war's schon. Das meine ich. Dieser Endgegner. Bananas, I like bananas very much. I wanna rape you with some bananas. I wanna put the banana deep into your ass. So. Okay. Krimskrams GmbH. Wird mein nächstes Level. Yippie yuhu. Leute, bis dahin aber erstmal. Funkroyal. Muss sich beruhigen. Muss arbeiten gehen. Aufer und out. Krimskrams GmbH. Krimskrams GmbH. Krimskrams GmbH.